Hi, ich bin heute hier mit Nick Hart von DBNA und ich würde dich gerne mal fragen, was ist denn eigentlich DBNA? DBNA steht für Du bist nicht allein, also einfach die Anfangsbuchstaben verkürzt und wir sind eine Online-Community für queere Jungs im deutschsprachigen Raum und uns gibt es tatsächlich schon seit 1997, also als ich noch gar nicht geboren war, ja, schon sehr, sehr lange. Cool, und was macht ihr da so? Also grundsätzlich sind wir eine Online-Community, das bedeutet, dass wir eine Community online sind, also man kann sich bei uns austauschen, wir haben, es ist im Prinzip wie Facebook aufgebaut, du kannst Sachen posten, du kannst chatten, wir haben aber auch viele Social Media Kanäle, also wir haben YouTube, Instagram, wo wir eigene Formate veröffentlichen über verschiedene queere Themen und grundsätzlich geht es uns darum, dass wir queeren Jungs ermöglichen, sich zu vernetzen und auszutauschen. Ja, genau. Super cool. Das sind wir. Vielen Dank, dann schaut doch mal vorbei.